so wir haben jetzt unser 10x85 plus pack erspielt ich habe gesehen bei anderen youtuber fast immer sind mindestens zwei drei wildcats dabei wir hoffen auch natürlich auf ibrahimovic weil er der einzige spieler der uns bereichern würde und ja ich bin sehr gespannt wir machen es einfach mal auf auch wenn wir nicht ziehen das ist ein bisschen futter das sind sicher mindestens 100k was man daraus sieht und da ist auch nicht so schlecht und ja wir gehen mal rein wir hoffen erst mal auf sechs flammen und sechs flammen deutschland ja käme ich okay dahinter kann vielleicht was sein kann alles mögliche dahinter sein wir hoffen auf was geil ist taremi und moreno ok wir haben viele walkouts 1 2 3 4 5 6 walkouts und zwei wildcats also ich bin zufrieden mit dem pack ich werde mich jetzt nicht beschweren und ja das war's soviel zu diesem pack